hartmann von auer gregorius in dem steine gregorius auf der felseninsel erster teil mein herz hat oft meine zunge dazu gedrängt daß sie vieles gesagt hat was auf den lohn der welt aus ist das riet mir meine jugendliche unerfahrenheit jetzt aber habe ich die wahrheit erkannt wer auf den rat des höllischen henkers hin sich auf seine jugend verlässt so dass er darauf los sündigt wie in die jugend treibt und denkt du bist noch jung mit deinen missetaten wird man klarkommen du kannst sie noch im alter wüßen der denkt anders als er soll sein plan schlägt sehr leicht fehl denn an diesem wollen hindert ihn höhere gewalt wenn der bittere tod die überheblichkeit reicht und ihm seine lebenszeit mit einem jähen ende abbricht aus gottes gnade verstoßen hat er dann die falsche wahl getroffen wäre er hingegen ein sohn adams sowie abel und könnte seine seele bis zum jüngsten tage ohne sündenschuld bleiben so hätte er nicht zu viel für das ewige leben gegeben das keinen anfang hat und auch nie aufhört deshalb möchte ich mit eifer die wahrheit verkünden damit gottes wille geschehe und der große druck der sündenlast etwas verringert würde die ich durch meinen sinnlosen zeitvertreib mit worten auf mich geladen habe denn daran zweifle ich nicht wie uns gott an diesem einen manne gezeigt und bewiesen hat wurde nie auf dieser welt die missetat eines menschen so groß dass er ihrer nicht los und ledig würde falls sie ihn von herzen reut und er sie nicht wieder von neuem begeht von dem ich euch jetzt erzählen werde dessen schuld war gewaltig und groß so dass sie sehr schwer anzuhören ist aber aus einem guten grund darf man sie nicht verschweigen damit durch sie alle sünder zur erkenntnis kommen die der teufel auf den weg zur hölle verleitet hat wenn einer von ihnen die schade gottes kinder mehren und selbst umkehren will auf den weg zum heil dass er dann den zweifel aufgibt der viele in den abgrund sinken lässt wenn er sich nämlich seiner schweren sünden besinnt und sehr leicht hat er viele von ihnen so verstößt dagegen das gebot wenn er an gott verzweifelt und glaubt dass dieser ihn abweisen könnte wenn er um gnade bittet und er daher niemals mehr zu ihm zu kommen wagt dann hat ihm der zweifel die frucht der reue geraubt das ist die wahre pflicht die er gott gegenüber erfüllen sollte buße leisten nach dem sünden bekenntnis denn die so bittere süßigkeit der welt zwingt seine füße auf den bequemeren weg der hat weder stein noch steg noch moor berge oder wald er ist weder zu heiß noch zu kalt man reist auf ihm in gemächlichkeit aber er führt zum ewigen tode hingegen ist der weg zum heil reichlich rau und schmal man muss in der ganzen länge nach mühsam gehen man muss klettern durch wasser warten und schwimmen bis er dorthin führt wo er schön breit wird nach dieser heimatlosigkeit am süßesten ziel auf eben diesen weg geriet ein mensch und zur rechten zeit noch entkam er der gewalt der mörder er war in ihren wald gekommen da hatten sie ihn niedergeschlagen und dem frech die kleider aller seiner geisteskräfte geraubt und ihm sehr schmerzhafte wunden geschlagen in diesem augenblick war seiner seele alles genommen so ließen sie in aller kräfte bloß und halbtot liegen jetzt aber hatte ihm gott sein gewohntes erbarmen nicht entzogen und schickte ihm diese beiden kleider hoffnung und furcht die gott selbst gemacht hat dass sie ihm und allen anderen sündern schutz böten furcht vor dem tode hoffnung auf das heil furcht ließ ihn nicht liegen bleiben er wäre jedoch wieder niedergesunken wenn ihm nicht die hoffnung so viel auftrieb gegeben hätte dass er wenn auch schwankend sich aufsetzte weiter gab ihm das vertrauen auf gott noch mehr kraft zusammen mit der reue die taten ihm viel gutes und wischten ihm das blut ab sie gossen öl und wein in seine wunden diese salbe lindert und schmerzt zugleich das öl ist die gnade der wein das gesetz beides soll der sünder haben dann steht er geheilt vom kranken bette auf dann hob ihn die gnade gottes mit ihrer hand sobald sie ihn gefunden hatte auf ihre hilfsbereiten schultern und trug ihn heim um ihn zu pflegen dort wurden ihm seine tiefen wunden verbunden so dass er ohne narben gesund wurde und fortan ein wahrer streiter war er allein an der spitze der christenheit aber ich habe euch noch nicht gesagt was das für wunden waren von denen er gerade noch geheilt wurde wie er die wunden erhielt und wie er ihrer ledig wurde und dem ewigen tode entrannt das müssen alle hören und beherzigen die unter berg schwerer schuld zu boden gefallen sind wer dann doch zu gottes gnade zurückflieht wird von gott freundlich aufgenommen denn seine gnade ist so groß dass es ganz gegen seinen willen ist und er streng verboten hat dass man wegen irgendeiner missetat an ihm überhaupt zweifeln könnte es gibt keine einzige sünde von der man mit der reue nicht frei werden könnte neu geschaffen schön und rein außer allein den zweifeln der ist ein tödlich bitterer trank und führt zum ewigen verderben niemand kann buße für ihn leisten noch ihn vor gott süß machen der diese erzählung übersetzt und auf deutsch abgefasst hat das war hartmann von aue hier nun beginnt richtig die ungewöhnliche geschichte von dem heiligen sünder ein land gibt es in frankreich es heißt aquitanien und liegt nicht weit vom meer der herrscher dieses landes hatte von seiner frau zwei kinder wie sie nicht schöner sein konnten einen sohn und eine kleine tochter die mutter der kinder starb als sie ihnen das leben schenkte und als die kinder zehn jahre alt waren ergriff der tod auch den vater als er sich ihm ankündigte indem er ihn da nieder warf und da in seiner krankheit den tod nahen fühlte handelte er wie ein weiser mann er ließ sogleich die edeln des landes holen denen er vertrauen konnte und die sorge für sein seelenheil und seiner kinder anbefehlen wollte als sie nun zu ihm gekommen waren die verwandten die vasallen und die dienstleute betrachtete er seine kinder die waren beide von so blühend schöner gestalt dass selbst eine verhärmte frau bei ihrem anblick hätte lächeln müssen das schmerzte ihn zutiefst im herzen das leid des herrschers wurde so groß dass ihm der tränenregen aus den augen auf das bettzeug floss er sagte nun hilft nichts ich muss fort von euch wo ich doch mit euch beiden jetzt viel freude haben und glücklich alt werden sollte die hoffnung ist vergangen der tod hält mich gefangen dann vertraute er sie den händen der landesherren an die auf seine ladung hin gekommen waren lautes weinen hörte man da dass sie unter klagen treue schworen erfüllte sie mit großer trauer alle die dabei waren benahmen sich so wie ein edles gefolge beim tode seines geliebten herrn als er die kinder weinen sah sagte er zu seinem sohn sohn warum weinst du dir fällt doch jetzt meine herrschaft und großes ansehen zu ich habe viel mehr angst um deine schöne schwester es macht mich viel trauriger und ich klage darüber jetzt wo es zu spät ist dass ich zu meiner lebzeit nicht besser für sie vorgesorgt habe das war unfäterlich er nahm sie beide an den händen und sagte sohn ich ermahne dich die letzten lehren gut zu behalten die dir dein vater gibt sei aufrichtig und treu großmütig und bescheiden sei kühn aber rücksichtsvoll sei immer beherrscht standfest gegen die herren freundlich zu den armen erweise den deinen ehre gewinne die fremden für dich halte dich an die weisen törichte ratgeber fliehe immer und überall doch vor allem anderen liebe gott und richte gerecht nach seinen geboten ich befehle dir mein seelenheil an und dieses schöne mädchen deine schwester dass du dich gut um sie kümmerst und brüderlich mit dir umgehst dann wird es euch beiden wohl ergehen gott erbarme sich meiner und schütze euch beide in diesem augenblick versagte ihm die sprache und sein herz wurde kraftlos das band von leib und seele löste sich auf alle weinten sein begräbnis war so wie es einem landesherrn zukam da nun die beiden adeligen kinder doppelt verwaist waren nahm sich der junge herr gleich seiner schwester an und kümmerte sich um sie nur so gut er vermochte in aufrichtiger treue ihre wünsche erfüllte er bereitwillig und großzügig und betrübte sie nie er sorgte so für sie ich sage es euch dass sie alles bekam was sie von ihm verlangte und das war richtig so sie trennten sich weder bei tische noch sonst wo ihre betten standen so nah beieinander dass sie sich sehen konnten man muss wirklich zugeben er sorgte so gut für sie wie ein treuer bruder sich um seine liebe schwester kümmern soll ihre liebe zu ihm war eher noch stärker sie waren sehr glücklich als dieses schöne glück der böse feind bemerkte der wegen seiner überheblichkeit und seines hasses in der hölle gefangen liegt der ärgerte ihn das schöne glück der beiden er hielt es für zu groß und er handelte wie es seine gewohnheit ist denn es war und ist ihm immer ein ärgernis wenn es jemandem gut geht und er ist immer auf der lauer wo er das ändern kann so sann er darauf sie um glück und ehre zu bringen und wie es ihm gelänge ihre freude zunichte zu machen liebes verlangen nach seiner schwester flüsterte er ihm so lange ein bis der junge herr seine aufrichtige liebe in falsches begehren verkehrte das eine war das liebes verlangen das ihm den kopf verdrehte das zweite die schönheit seiner schwester das dritte des teufels falschheit das vierte seine kindliche unerfahrenheit die sich im bund mit dem teufel gegen ihn wandte bis er ihn dazu brachte dass er tatsächlich darauf aus war mit seiner schwester zu schlafen weh herr gott o weh über diese künste des höllenhundes dass er uns so in gefahr bringt warum hat gott das zugelassen dass er seine geschöpfe in so große schande bringt die er nach seinem bilde geschaffen hat als er aufgrund der einflüsterungen des teufels diese große sünde zu begehen sich vornahm kümmerte er sich bei tag und nacht noch liebevoller um sie als er es früher getan hatte nun war das unerfahrene mädchen blind für solche liebe und das reine kind wußte gar nicht wovor es auf der hut sein sollte und gestattete ihm was er wollte jetzt ließ sie der teufel nicht los bis er seinen willen an ihr vollbrachte er wartete bis zu einer nacht als das junge fräulein im tiefen schlafe lag ihr bruder konnte nicht schlafen der betörte stand auf und schlich ganz leise zu ihrem bette wo er sie zu finden wußte er hob die bettdecke mit so viel bedacht auf dass sie es gar nicht bemerkte bis er sich darunter zu ihr legte und sie umarmte weh was wollte er darunter er läge besser allein beide waren nackt ohne kleider bis auf die bettdecke als sie aufwachte hatte er sie umfangen sie fand sich mit mund und wangen so fest an ihn gedrückt wie es der teufel fügt wenn er gewinnen will nun begann er sie zu liebkosen inniger als er es früher vor den leuten getan hatte dabei begriff sie dass es ernst war sie sagte was soll das bruder was machst du da lass dich vom teufel nicht um deinen verstand bringen was bedrängst du mich so sie überlegte halte ich still so hat der teufel seinen willen und ich werde die geliebte meines bruders schlage ich dagegen lärm so ist unsere ehre für immer dahin so zögerte sie in ihren überlegungen bis er sie überwältigte er war ja stark und sie schwach und gegen den willen des reinen mädchens ans ziel kam das war wirklich zu viel der treuen sorge dann aber blieb sie still so wurde sie in dieser nacht von ihrem bruder schwanger die teuflische verlockung des triebes reizte sie umso heftiger so dass sie bei dieser sünde lust und freude hatten sie verbargen es bis zu dem zeitpunkt als das fräulein spürte wie es die frauen ja bald merken dass sie schwanger war da wurde ihre freude zu leid denn nichts gab es mehr zu verbergen man sah dass sie niedergeschlagen war sie verfielen der verführung weil sie zu vertraut miteinander waren hätten sie das vermieden wären sie nicht betrogen worden deshalb warne ich jeden mann davor mit schwester oder nichte zu vertraut umzugehen das verlockt zu falschem tun das man verdammen muß als der junge herr diese veränderung an seiner schwester bemerkte nahm er sie beiseite und sagte liebste schwester erkläre mir du bist so traurig was fehlt dir mir ist aufgefallen dass du so bleich bist das kenne ich gar nicht an dir darauf seufzte sie von herzen und angst und schmerz stand in ihren augen sie sagte es ist wirklich wahr ich muss zutiefst traurig sein bruder ich bin zweifach tot geweiht an seele und leib weh mir armen frau warum wurde ich geboren denn durch deine schuld habe ich die gunst gottes und der menschen verloren das verbrechen das wir bis heute vor der welt versteckt haben will nicht länger verborgen sein ich hüte mich sehr davon zu reden aber das kind das ich hier trage macht es aller welt bekannt da stimmte der bruder in die trauer der schwester ein und sein jammer wurde noch größer an diesem unheil zeigte frau minne wieder ihre üble art sie hat schon immer freude in leid verkehrt so ist für sie süßer honig mit bitterer galle verkocht er fing an heftig zu weinen und stützte den kopf voll trauer in die hand wie jemand der sich große sorgen macht seine ganze ehre stand auf dem spiel dennoch beklagte er mehr die bedränge seiner schwester als sein eigenes leid die schwester blickte ihren bruder an und sagte benimm dich wie ein mann hör auf zu weinen wie eine frau das kann uns leider nichts nutzen und überlege die irgendeine abhilfe das doch wenn wir schon wegen unseres verbrechens gottes huld verloren haben unser liebes kind mit uns nicht verdammt sei so dass drei zugrunde gingen man hat uns immer wieder versichert dass ein kind ganz frei von der schuld seines vaters ist darum soll es gottes gnade nicht deshalb verlieren weil wir zur hölle bestimmt sind denn es ist an unserem verbrechen ganz und gar schuldlos er bewegte in seinem herzen die unterschiedlichsten gedanken eine zeit lang saß er schweigend da dann sagte er schwester sei guten mutes ich habe für uns einen hilfreichen plan gefasst der uns erlaubt unsere schuld zu verbergen unter den meinen im lande ist ein sehr weiser mann der uns am besten helfen kann mein vater hat ihn mir genannt und mir empfohlen seinen rat einzuholen als er im sterben lag denn er hat selbst seinen rat angenommen den holen wir uns zu hilfe ich weiß genau er ist verlässlich und wir befolgen seinen rat so erhalten wir unser ansehen das fräulein war glücklich über diesen entschluss aber ihre freude war so wie es unter den umständen sein konnte ganze freude vermochte sie nicht zu empfinden was früher für sie traurigkeit war als sie noch kein leid kannte das galte jetzt als die schönste freude wenigstens nicht weinen zu müssen der vorschlag gefiel ihr sehr gut sie sagte bruder lass schnell den mann der uns helfen wird kohlen denn meine stunde kommt bald sehr gut sehr gut sehr gut Untertitelung des ZDF, 2020